Hier haben wir eine wunderschöne, marinierte Lachsvoraue, ganz leicht temperiert bei 40 Grad. Dazu haben wir eine wunderschöne Variation von der anderen aus dem Seeland. Wegenzieher Holger www.esimil.com Hier ist ein K Caesar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Z beten Sie im Gehen. Sie sehen uns beim nächsten Mal. Es kommt aus einer schönen Seeland-Treffi. Es ist sehr gut. Ich wünsche euch einen ganz guten Appetit. Trüffelmär in den Murten findet wirklich einmal im Jahr statt, wo ganz viele Leute aus der Region, aus der ganzen Schweiz herkommen, ihre selber gesammelten Trüffel verkaufen, Produkte aus Trüffel machen, dann gibt es den Tag darüber, gibt es Fondue mit Trüffel und am Samstagabend machen wir uns ein schöner Galadiner, der für einen guten Zweck gesammelt wird und dann gespendet wird. Trüffel ist halt etwas sehr, sehr exklusives, je nachdem was es hat, es gibt drei verschiedene Sorten, der Herbsttrüffel, der Perigo Trüffel, der erst im Dezember kommt und dann der Klassiker, der weisse Alba Trüffel, der preislich dann sehr, sehr teuer ist. Ich würde klassisch den Trüffel ganz einfach zubereiten, eine coole Pasta mit einem leichten Armesösel und dort noch einen frischen Trüffel drüber hobeln, ist eigentlich die einfachen coolsten Sachen. Oder ein kleines Risotto machen mit etwas Trüffel drauf, die einfachen Sachen sind die besten. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020